Soll ich mir ne Jacke anziehen? Mir war ein bisschen kalt eigentlich. Hopps, du musst mal diesen ganz linken da nehmen. Das sieht wirklich aus wie du. Hier ist ein Top-Dachlosen-Hops. Kann ich hier mal kurz in den Ausschnitt machen? Nein, Finger weg. Kommen Sie mal bitte her. Weck! Hast du meine Kippe? Polizeihilfe! Ich möchte mal kurz nen Kontrollgriff machen. Weck her, du alter verranzte Mumia, ey. Der Hopps sucht nach Kippen am Boden. 4-0-1-7-Motor. Gibt's hier noch nen Cake irgendwo, ne Ritze? Ja, ob jetzt hier so nen Schweinekram zu machen, haupt so altes Egel, hauptes Dreckviel. 4-0-7-1. Hopps, ey, nöt immer mehr zum Kaff. Das heißt 4-0-1-7. Oh Mensch, dein Sohn. Ne, das kann doch nicht sein. Komm, jetzt rutscht doch mal hier. Komm, jetzt rutscht doch mal hier. Komm, jetzt rutscht doch mal hier. Da ist noch alle Schönen-Socken-Aus. Was ist denn mit euch? Ich mach das mal wirklich gut. Komm, jetzt komm hier raus. Oh mein Gott. So. Aber kein Alkohol kaufen, ne? Ups. Ja, Mutts war kein Alkohol. Leck mich auf. Mein Blutdruck ist komplett im Arsch. Ich kann immer, mein Puls ist bei 140 jetzt. Warum es läuft doch nicht immer von mir weg? Konzentrier am Vatrogenes. Okay, lass mich mal kurz den Zettel suchen hier. Also, pass auf. 0, warte. 0, 7. 0, 7, 4, 1. Jo, hat's funktioniert. Hey, ich bin nicht drin. Meine Augen sind durchgetränt komplett. 0, 8, 4, 5. Ich hab'n Fuss. Ich hab'n Fuss. Ha, 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 ha. Und ein Hobbs. Ich kann den Hobbs nimmer angucken. Ha, 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 ha. Du Ecke auf der Creep, Junge. Geh weg. Geh da mal weg da. Was sind meine Kippe? Was ist denn jetzt? Ich bleib. Was hast du denn, Kleines, hm? Der hat'n Hobbs gefressen. Hobbs, du bist da noch. Ich dachte, das ist Hobbs. Oh, Gott. Geh da mal weg.